Schaut mal genau hin, das kann doch nicht funktionieren. Okay, also ich habe jetzt Tischtennisbälle und mir zum ersten Mal ein Deo gekauft. Und ich weiß, der ganze Raum hier wird jetzt gleich nach Deo riechen. Aber ich möchte jetzt probieren, ob das wirklich funktioniert. Also ob der Ball fliegen wird, wenn ich darunter Deo sprühe. Okay, drei, zwei, eins. Doch, niemals.